War schon spät, zwölf, ein Uhr in der Nacht, alles hat schon zu. Und ich war richtig Shisha-süchtig, ich war die ganze Zeit Shisha am Rauchen. Auf einmal merke ich und fällt mir auf, dass ich keine neue Kohle mehr habe. Dass ich keine Kohle mehr gekauft habe. Und ich bin dann einer, wenn ich Shisha rauche, ich bin in allem so süchtig, ich muss dann rauchen. Und dann habe ich mir überlegt, scheiße, was mache ich jetzt? Der Kollege war da auch im Chat und ich bin immer am Philosophieren. Ich so, warte mal. Dann habe ich die Shisha, guck mal, was ich für Sachen da gemacht habe. Dann habe ich die Shisha genommen, da stand die da. Dann habe ich mir einen Garten-Wasserschlauch gesucht, irgendwo draußen am Haus. Dann habe ich davon ein Stück abgeschnitten, so lang, von dem Schlauch abgeschnitten. Dann habe ich den oben, wo normalerweise der Kopf drauf kommt, habe ich den Gartenschlauch dran gemacht, dass das so schön dicht ist. Und dann hing der so runter an der Shisha. Dann habe ich an dem Gartenschlauch, habe ich den Kopf von der Shisha dran gemacht. Unten mit Alufolie, so, und den dann so festgeklebt an dem Gartenschlauch. Jetzt hing also in der Shisha so der Kopf nach unten. Und dann habe ich mir ein Teelicht aus der Wohnung geholt und habe dann mit dem Teelicht, ich habe ein Teelicht angemacht und habe genau versucht, so die Entfernung so perfekt zu timen. So, dass der Tabak so leicht angezündet wird, aber nicht direkt verbrennt. Alter, dann habe ich mir eine Konstruktion gemacht, Alter, mit dem Ding, Alter. Und dann hing der so, und dann ich dann noch mal wieder zu meinem Kollegen, So mache ich pues hock, da ich he? Und dann mit ihm reden und so! Da kam man zu seinem Leben nicht klar! Porque kann ich wieder meine.. shisha